Ja hallo und herzlich willkommen zur Raw Review vom 17.10.2016 aus Denver, Colorado, aus dem Pepsi Center und an meiner Seite ist natürlich wieder, wie immer, das Wrestlepedia himself, Mischa. Ja, guten Tag. Ja, die Raw-Ausgabe ist, glaube ich, die zweitletzte Raw vor Hell in a Cell, richtig? Vorletzte? Äh, ja, vorletzte. Genau, und mal sehen, ob es diese Raw geschafft hat, vielleicht uns mehr auf Hell in a Cell zu hypen, neuere Sachen, das werden wir alles natürlich besprechen in dieser Review und so weiter. Ich hoffe, man hört nicht im Hintergrund ein bisschen Lärm, weil draußen geht irgendwie die Party ab, ich weiß nicht warum. Na gut, es ist ja jetzt nicht so die Uhrzeit, die wir normalerweise aufnehmen, jetzt haben wir momentan, ja, kurz nach 6, kann man so viel sagen, oder ja, 10 nach 6 ungefähr, nehmen wir quasi diese Raw Review auf und da kann es natürlich sein, dass da ein bisschen Lärm ist und so und so fort, aber na gut. Ja, wir fangen natürlich mit Raw an und starten tut es natürlich, oder nicht, eigentlich nicht natürlich klassisch, eigentlich immer mit einer Promo und zwar mit Kevin Owens und Chris Jericho. Jo, beide kamen wieder mal zum Ring und sprechen über das Hell in a Cell Match und haben mal wieder darüber gesprochen, dass Mick Foley sich nur oder beide nicht mag und die deshalb in so ein Match steckt und ja, Kevin Owens möchte eine lange, schöne Karriere haben und nicht so enden wie Mick Foley, der gefühlt getötet wurde durch die Hell in a Cell Matches. Und ja, wie dem auch sei, Kevin Owens will Seth Rollins bei Hell in a Cell zerstören und Jericho sagt auch noch hinzu, dass er natürlich in dem Match hätte stehen müssen. Er hat Größen wie Shawn Michaels, James Theriot, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Undertaker besiegt etc. Also wird er auch mit einem, ähm, wird mit einem Seth Rollins fertig werden, aber ja, der Ref war schuld und deshalb wurde der Ref Rod the Parter auf die List of Jericho gesetzt. Das hat dann natürlich Seth Rollins herausgerufen und ja, beide haben sich dann auf ein Match geeinigt, was jetzt stattfindet und dann kam es zu dem Match. Genau, dann gab es das Singles-Match zwischen Chris Jericho und Seth Rollins. Wieder mal. Das war nicht so gut wie letzte Woche. Kevin Owens war erst gegangen am Anfang und kam dann aber später heraus im Match und hat immer mal wieder ein bisschen Seth Rollins abgelenkt, aber am Ende konnte Seth Rollins mal wieder Chris Jericho clean nach dem Pettigree besiegen. Genau, so sieht es aus. Auf jeden Fall hat, ja, Seth Rollins erneut gewonnen und man stellt momentan Jericho total beschissen da. Ähm, ja. Auch wenn Chris Jericho momentan eigentlich super ist, also gerade so ein Gimmick und alles geht er momentan super auf. Und zwar trotzdem war das Match sehr, sehr schön und ich würde sogar sagen, es war Match of the Night. Trotzdem war das scheiße, du bookt Jericho, sieht einfach nur wie ein Volldepp aus. Der wird so schlecht gebuckt einfach, weil er wirkt wie so ein dummer Face, wie Seth Rollins am Anfang, wo er Stephanie immer geglaubt hat und jetzt glaubt Jericho die ganze Zeit Owens, dass sie ja nur Buddies sind. Es ist so hässlich gebuckt. Genau, auf jeden Fall, also ich weiß auch nicht, was man da denken soll bei Chris Jericho und Kevin Owens, weil, ja, der Universal Champion fühlt sich nicht an wie ein World Champion, finde ich. Also ich freue mich natürlich, dass Kevin Owens diesen Titel hat, aber der bringt mir nicht so dieses Feeling, ja, ich bin jetzt der Universal Champion, ich bin der World Champion. Das bringt mir gar nicht so rüber, so gut wie gar nicht. Ja. Und ja, natürlich Owens kam raus und so weiter und so fort und was sich danach entwickelt, das werden wir natürlich noch ein bisschen erfahren, weil wir noch kleine Einzelheiten haben werden. Jedoch gab es dann ein Video Package, wo Goldberg debütiert ist am 22. September 1997 gegen Huck Morris, denn Goldberg wird ja heute zu Raw gehen im Main Event, wird er sein, kann man so viel sagen und seine Meinung zu Paul Heymans Promo letzte Woche äußern auf jeden Fall und ja, man sieht da, Goldbergs Anfang für seiner großen Serie. I don't give a fuck. Kann man auch so sagen. Auf jeden Fall gab es danach ein Interview mit Dieter und Charlotte. Jo. Charlotte hat gesagt, sie wurde als großartige Frau natürlich geboren und sie steht jetzt in Matches, wo vorher schon Leute drin standen wie Shawn Michaels, Triple H, Mick Foley, Undertaker etc. Und in zwei Wochen werden sich da drin Charlotte und Sasha Banks gegenüberstehen und es ist kein Zufall, dass sie die Ersten sind, die ihnen im Hell in the Sail Match gegenüberstehen und dass alle Frauen vor ihnen wesentlich schlechter waren und deshalb da nicht drin standen. Und sie wurde in ihrem Stammbau als Siegerin geboren und sie hat zwölf PPU-Matches in Folge gewonnen und bla bla bla. Dazu kann man noch anmerken, dass sie noch zum Ende sagt, sie wird dritte Women's Championess und dass sowohl das Hell in the Damage der Frauen auch der Main Event wird bei Hell in the Sail. Was sagst du dazu? Joa, kann man machen. Kann man machen, das wäre auf jeden Fall der erste PPU-Main Event überhaupt, das die Women's Wrestlerinnen überhaupt haben. Also es gab ja schon mal NXT Takeover Special Main Event, es gab ein Raw Main Event, ich glaube Smackdown Women's Main Event gab es noch nicht ein Match. Aber noch nie ein PPU-Main Event und es wird mal Zeit und bei so einer Ansetzung kann man es mal machen, auf jeden Fall mit einem Hell in the Sail Match, weil es ja wirklich first time ever, dass zwei Women's Wrestlerinnen in der WWE in einem Hell in the Sail Match gegenüberstehen. Ich weiß nicht, ob es im WC auch so war, aber in der WWE auf jeden Fall nicht. Und daraufhin ist es sehr, sehr interessant, was man da machen wird und ich freue mich schon auf die Ansetzung und wenn es der Main Event wird, finde ich, okay, normalerweise soll der World Title im Main Event stehen, aber man kann auch mal den Women's Title im Main Event stehen. Dann ist ja auch quasi so der World Title von den Frauen in dem Sinne. Jo. Genau, dann anschließend gab es dann ein Match, wo ich gedacht habe, warum habe ich es mir angeguckt? Und zwar Mark Henry und Golden Truth gegen Shining Stars und Titus O'Neil. Jo, habe ich geskippt. Ich nicht, fand das Match nicht gut. Tash. Genau, ich fand das Match nicht gut, hat mich nicht gejuckt. Und diese vier Minuten hätte ich mir in ein anderes Match hineinstecken können, welches werde ich nachher erzählen. Okay, dann lief New Day noch Backstage rum mit einem Schild mit der Zahl 420. Was die 24 bedeutet, ist, denke ich, bei jedem klar. Und zwar, dass sie jetzt seit 420 Tagen Tag Team Champions sind. Die brauchen auch, glaube ich, 58 oder 59 Tage, um den Rekord von Axe und Smash, also Demolition, zu brechen. Also noch fast zwei Monate, oder beziehungsweise noch fast zwei Monate, kann man so viel sagen. Und ja, und dann gab es die Backstage-Konfrontation zwischen Chris Jericho und Kevin Owens. Jo, äh, beide waren halt Backstage und Jericho war pisst, weil er ja zu Owens gesagt hat, er soll sich vom Ring fernhalten. Und Owens kam ja trotzdem und Owens hat gesagt, er wollte ihm nur helfen und Jericho wollte ihn dann Stupid Idiot nennen. Aber das hat Owens gar nicht gefallen und er hat nicht gesagt, er ist nur nett, irgend so ein Depp, den er einfach Stupid Idiot nennen kann und auf seine dumme Liste setzen kann. Und da haben sich beide gegenseitig ein bisschen angebrüllt, bis Stephanie McMahon hinzukam. Und sie hat beide beruhigt und hat gesagt, sie sollen einen klaren Kopf bewahren und das ist, was Seth Rollins will und was weiß ich. Und ja, damit endet das Segment. Damit endet das auf jeden Fall das Segment. War ein cooles Segment, war wieder ein kleines Highlight und gerade mit diesem Stup. Ja, sagt er, sagt er es nicht. Wo auch die Crowd gedacht hat, oh, also fand ich nicht schlecht auf jeden Fall. Dann kamen Cesaro und Sheamus in den Ring. Jo, ja, ja, war ein Match. War ein Match, war okay, Big E gegen Sheamus, Cesaro, die Story war halt, dass Sheamus letzte Woche die ganze Zeit mit Facebook Livestream rumgerannt ist um den Ring. Und das hat er jetzt Cesaro gemacht, hat sich zwischendrin auch mal die Jacke von Big E angezogen. Und ja, war okay. Ja, war okay, war kein schlechtes Match. Big E und Sheamus sind hier beide gute Wrestler, das ist ja klar. Und zehn Minuten Zeit haben sie bekommen, also ordentlich Zeit. Und fand ich okay, fand ich gut. Und ja, Big E hat gewonnen, wieder mit der Ablenkung. Also, wie gesagt, ich will immer noch Abwarten mit dem Tag Team Sheamus in der Saison, aber momentan gefällt mir das nicht ganz. Jo, das nächste habe ich gespielt. Ja, das nächste ist auch wieder eine Sache, wo es um Goldberg ging und zwar ein Video zu Goldbergs Titelgewinn und zwar den WC World Title hat er gegen Hulk Hogan. Also Hulk Hogan wurde mal wieder in der WWE erwähnt, bis es damals in der WC war ja Hollywood Hogan. NWO Zeit vom 6. Juli 1998 wurde gezeigt, wie er den WC World Heavyweight Title gewonnen hat bei Nitro im Georgia Dome. Also wo 60.000 Leute bei einer Nitro gemacht wurde, was der im Nachhinein von vielen WCW Leuten ja als Fehler angesehen wurde, weil das ja eigentlich im Free TV gezeigt wurde, anstatt diese 60.000 Pay-Per-View mäßig zu zeigen, um daraus auch viel mehr Geld zu machen. Aber das hat man eher dafür genutzt, einfach auf Nitro zu schalten und dadurch wurde Goldberg, laut Cole wurde gesagt, der erste Wrestler, der World Champion wurde, aber die ganze Zeit undefeated blieb. Und ja, soviel dazu, er war ja noch zu dem Zeitpunkt gleichzeitig WC World Heavyweight Champion, den er aber später niederlegen musste, da er halt WC World Heavyweight Champion wurde. Genau, also er war WC World Champion und United States Champion gleichzeitig. In so einer ähnlichen Konstellation war es auch Seth Rollins, aber halt nicht der WC World Title, sondern der WWE World Heavyweight Title und der WWE United States Title. Genau, dann weiter geht's dann natürlich mit, ja, einer Sache, wo ich mir denke, was zum Teufel mit Bo Dallas und Neville. Ja, Bo Dallas hat gewonnen. Also ich denke mir so gerade, letzte Woche gewinnen sie glaube ich gegen die, diese Woche nett und ich frage mich nur gerade, was will man mit Bo Dallas? Man muss überlegen, vor zweieinhalb Jahren war, oh, Telefon, Moment. So, wir sind wieder da, wir hatten eine kurze Unterbrechung, ich hatte noch einen kurz wichtigen Anruf zu tätigen, oder einen Anruf bekommen in dem Sinne. Wir waren bei Bo Dallas gegen Neville, ich wollte sagen, vor zweieinhalb Jahren war es ja noch der Main Event von der allerersten NXT Live Special im Nether Match, wo beide eigentlich noch gut dargestellt wurden, also wir haben Bo Dallas mit seinem richtig guten Gimmick und Neville, der auch so der Topstar danach wurde von NXT, kann man sagen. Und wenn man sieht, wo die jetzt sind, das ist natürlich sehr, sehr traurig natürlich. Nach dem Match gab es noch ein Heel-Turn von Bethesda, eigentlich war es ja kein Heel-Turn, das war ja nicht nur ein Split von Dallas zu Curtis Axel, und anscheinend plant man eine Fede mit Mr. Irrelevant und Mr. Nobody Cares About Bo Leaf. Super, also ich habe keinen Bock drauf. Mir ist es egal, ich werde den Shit halt skippen. Jo, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Einstellung. Nächstes Match ist natürlich wieder ein Match, wo ich mir denke, warum bringt man das Match, und zwar Dana Brooke gegen Bayley. Ja, man bringt das Match, damit man Bayley verlieren lassen kann und ihre erste, glaube ich, Singles-Niederlage im Main-Roster geben kann. Und dann ist es noch Dana Brooke, oh Gott. Das war schön, ja, war das impactloseste Finish am Abend, das war großartig. Aber man sieht bei diesem Match einfach, dass Bayley einfach so viele Level über Dana Brooke ist, also Dana Brooke ist einfach so scheiße im Kring. Muss ich ganz ehrlich sagen, und Bayley ist einfach so im Eilenwald, und ich, keine Ahnung, ich will diese, diese Karte da, die ich bei NXT-Dizion bekomme von Dana Brooke, will ich am liebsten verbrennen, weil ich mag die überhaupt nicht. Ist so fast gefühlt für mich wie Eva Marie, aber wie Eva Marie finde ich noch ein bisschen schlimmer. Und ja, du hast natürlich, wen hast du gekriegt? Emma, oder? Äh, Baron Corbin. Ach, Baron Corbin, ja, Baron Corbin würde ich gerne wollen. Nee, das war ein Zuschauer, der hatte Emma gekriegt. Emma ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Mir fällt auf, Dana Brooke war gar nicht im Match, und dann kriege ich die. Natürlich sehr viel. Das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Dana Brooke, ich komme für dich. Nein, lieber nicht. Ja, wie gesagt, Bayley natürlich blöd, dass sie verliert. Man würde wahrscheinlich ein Match bei Hannes da herausspringen lassen, und das wird Bayley hoffentlich gewinnen. Weil ich will Dana Brooke einfach nicht mehr im Main-Roster sein. Also ich wünsche mir, dass sie zurück zur NXT geht, da sie sich ein bisschen entwickeln lässt, ein, zwei Jahre, und dann kann sie wiederkommen. Aber aktuell finde ich sie einfach nicht gut. Anschließend gab es dann noch ein Paul Heyman per Satellite. Ja, das Segment war absoluter Shit. Paul Heyman hat erklärt, warum Brock Lesnar Goldberg herausgefordert hat, und dann hieß es irgendwie, ja, der Name Bill Goldberg ist nur noch eine Fantasie, und deshalb sollte Goldberg aus Respekt einfach die Herausforderung ablehnen. Und wenn er das nicht tut, würde Brock Lesnar angepisst sein, wie vor zwölf Jahren, und die Fans werden den bescheuerten Namen rufen, und Brock Lesnar wird ihn zerstören. Ja, absoluter Scheiß. Ja, kann man so sagen, also auf jeden Fall, absoluter Scheiß, hat Paul Heyman natürlich gut rübergebracht, also Promotechnik ist natürlich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste der Zeiten. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das Match an sich, das haben wir schon letzte Woche angesprochen, das interessiert mich einfach nicht. Also Goldberg gegen Brock Lesnar, ich habe es vor zwölf Jahren nicht gefeiert, und ich werde es auch dieses Jahr nicht feiern. Also, ich habe keinen Bock auf dieses Match, sagen wir mal so, aber zu Goldberg werden wir nachher kommen. Äh, anschließend gab es dann, wo ich mir gedacht habe, äh, aber gut, äh, und zwar das 3-on-1 Handicap-Match zwischen Braun Strowman gegen... ...the Mile High Trio. Ja, nach dem Match hat sich Braun Strowman ein Mikro geschnappt und hat gesagt, dass er jetzt endlich mal, dass er es jetzt selber in die Hand nimmt, wenn Mick Foley ihm keine Herausforderung gibt, und dann kommt Sami Zayn raus, und Braun Strowman schubst ihn mal schnell aus dem Ring und geht. Und nach der Werbepause wird Sami Zayn gefragt, warum er sich mit Braun Strowman angelegt hat, und er sagt, sonst hätte es niemand getan. Ja, war scheiße. Ja, ist scheiße. Man bringt Braun Strowman gegen Sami Zayn, wo ich mir nicht denke, das tut weh. Also, Sami Zayn, so ein geiler Rester, der eigentlich, na gut, nicht den perfekten Run hat, aber immer präsent gehalten wurde im Main-Roster. Wurde natürlich durch die Fede auch, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass er die Fede verlieren wird. Ich glaube kaum, dass man mit einem Sami Zayn, oder dass man einen Sami Zayn Braun Strowman besiegt, also das glaube ich einfach nicht. Und da tut es mir sehr leid, dass er da jetzt wahrscheinlich, ja, gejobbt oder verjobbt wird für sowas, für so ein Talent. Dann hatten wir Lana und Rusev. Rusev hat gesagt, er würde Roman Reigns bei Hellen Strow crushen, und Lana hyped an ihren Alten und sagt, er ist ein super Familienmensch, und dann sehen wir erstmal ein paar Bilder von Rusev seiner Familie, und seine Mutter wird ausgebucht. Und Rusev mag er erstmal aus, und ja, sein Vater wäre im Militär gewesen, und dann sieht man noch ein paar Bilder von seinem Bruder, Großeltern, von seinem Hund, was weiß ich. Und dann kommt der Roman, Roman Regens. Die romantischen Reigns. Kriegst du eine Ohrfeige von Lana, und dann ein Superkick von Rusev, und dann gibt es einen Brawl, Rusev gewinnt den Brawl, und zeigt den Accolade zum Ende hin gegen Roman Reigns, ganz toll. Jo, immerhin durfte Rusev mal dominieren, aber ich weiß nicht, was es mit den Familienbildern auf sich hat, also, ich weiß nicht, warum Rusev uns die Familie zeigen will, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, aber immerhin durfte Rusev am Ende dominieren, die fühlte es nicht so prickelnd, naja, so weit zu gut, ne? Jo. Genau, das nächste war dann Goldbergs WWE-Debüt, denn am 31. März 2003, also es war bei der Raw nach WrestleMania 19, ist er debütiert, und er unterbrachte Rock damals, zeigt einen gewaltigen Spear gegen The Rock, wo er davor noch gesagt hat, The Rock, you're next, und dann der Spion, der, denke ich mal klar, das hast du wahrscheinlich wieder geskript. Was? Das Debüt von Goldberg, dieser kurze Clip. Ja, auch kenn ich ja schon, brauchst mir ja einen angucken, den Shit. Ja, kennt man, denke ich mal, sehr, sehr gut, dann gab es natürlich noch einen kurzen, ja, Videoclip zu Emmalina, die irgendwann kommen wird, mal sehen wann. Anschließend gab es dann das Match Carl Anderson gegen Big Cass. Fucking Big Cass hat gewonnen, nach einer Minute 35. Via East River Crossing, war das doch, ne? Also, du redest ruhig raus. Ne, ich brauche da nichts rauslassen, es war einfach scheiße. Es passt zum momentanen Niveau von Raw. Ich habe auch langsam keinen Bock mehr, mir den Shit anzugucken. Ja, man muss sowieso sagen, man muss man sich ganz überlegen. The Club kommt im April, richtig, April, Mai, so um den Dreh kamen sie, haben irgendjemanden attackiert, ich weiß nicht wen. Ich glaube sogar nie. Die Usos. Die Usos, genau, die Usos haben sie attackiert, die kamen mit Impact rein, wo ich mir gedacht, geil, sie kommen richtig rein, werden wie Zerstörer dargestellt, und die werden bescheuerter dargestellt, wie es sonst hat. Ich denke nur an den Summerslam mit Jon Stewart dieses Segment, dann verlieren sie zweimal gegen New Day und dann nach der zweiten Niederlage gegen New Day kommen die, dann werden dargestellt, oh, das zerstörerischste Team aller Zeiten, boah, die haben alles weggehauen. Ja, haben nur verloren davor gegen New Day, Jon Cena, und Jon Cena beide locker geplättet, äh, unter AJ Styles wurden die beiden auch dargestellt wie Vollidioten, äh, Big Carson, Enzo, die werden auch seit dem Main Roster eigentlich auch nur scheiße dargestellt, beziehungsweise Enzo wird komplett dumm dargestellt und Big Carson wird mehr protected in dem Sinne. Und dann kommt sowas heraus und, ja, The Club ist irrelevant, Enzo und Carson irrelevant und darauf gab fast niemand ein Match, äh, beziehungsweise darauf hat sich niemand für das Match interessiert und ich verstehe auch nicht, warum man Carl Anderson so scheiße darstellt, weil Carl Anderson eigentlich sehr, sehr gut im Ring ist, finde ich, also ich finde ihn super im Ring und Big Carson ist auch nicht schlecht im Ring auf jeden Fall, also die hätten auch 5, 6 Minuten ein gutes Match zeigen können, aber dann 2 Minuten einfach so weggescorht zu werden, zeigt einfach, was die WWE von The Club hält. Gar nichts. Okay, dann natürlich anschließend ein Backstage-Segment mit Tony Nies, Drew Gulag, Brian Kendrick und TJ Perkins. Ja, das war tatsächlich ganz gut, ähm, TJP war bewechselt, hat Drew Gulag und Tony Nies als Lakaim von Brian Kendrick bezeichnet und er lässt sich nicht einschüchtern und, ähm, hat dann, äh, Brian Kendrick gefragt, was er denen versprochen hat, wenn sie sich halt um TJP kümmern, ein Titelmatch oder was und Brian Kendrick hat dann gesagt, ja, ähm, du kennst mich noch von früher, aber ich bin der neue Brian Kendrick und TJP sagt dann, ja, ich werde dich trotzdem besiegen und dann heißt es Game Over und Brian Kendrick sagt dann, ja, das ist das Problem bei dir, du denkst, das alles ist ein Spiel, ähm, und du hast unendlich Leben, aber ich bin schon alt, ich habe mein letztes Leben erreicht und deshalb bin ich der Gefährlichste in diesem Spiel und, ja, werde dich besiegen und dann wollten die drei sich schon fertig machen und wollten TJP attackieren, aber dann kam Cedric Alexander und Rich Juan dazu und haben gesagt, ey, von wegen, ja, TJP, wir haben dein Back und, ja, später gibt es dann Six Man Tag zwischen beiden, oder zwischen allen sechs vielmehr. Ja, fand ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gut, ich hoffe, die Musik stört weiterhin nicht, also ich weiß nicht, warum die ganze Zeit da Musik läuft, ich hoffe, das ist nicht ganz störend, ähm, ja, fand ich ein cooles Segment, ein cooles Segment hat mich ein bisschen auf das Matchgibus, die wir dann gleich ansprechen werden und, ja, auf jeden Fall sechs talentierte Wrestler und, ja, die in einem Match zu sehen ist natürlich schön, später. Jo. Dann hatten wir hier Lita und Bayley Interview, nachdem wir schon Charlotte hatten, äh, Sasha Banks, sorry, nachdem wir Charlotte hatten, haben wir Sasha Banks und, ja, sie hat gesagt, sie wird, ähm, in ihrer Heimatstadt bei Hell in the Cell Geschichte schreiben und die Women's Revolution vorantreiben und sie wird die erste Frau sein, die Hell in the Cell betreten wird und auch als Siegerin verlassen wird und Lita spricht sie dann noch auf ihre Rückenverletzung an und, ähm, Banks hat gesagt, dass sie wieder bei 100% ist und sie hat keinerlei Angst vor dem Hell in the Cell Match, denn Angst ist für sie keine Option. Und schließlich hat sie ja diese Challenge ausgesprochen und in zwei Wochen werden sie Geschichte schreiben, was richtig ist, sie werden Geschichte schreiben und ich fand das Interview gut, hat mich ein bisschen auf das Matchgibus, ich freue mich auf die Ansetzung, Sasha Banks gegen Charlotte in Hell in the Cell Match, weil was ganz Neues ist und ich einfach gespannt bin, was die alles so zeigen dürfen. Aber mal sehen. Ja, war gut, ich fand's gut. Jo. Genau, dann haben wir noch gesehen, Goldbergs Sieg über Triple H bei Unforgiven 2003, sobald ich das weiß, hat er dann den World Heavyweight Title gewonnen gegen Triple H und, ja, wurde damit gezeigt, der World Title gewinnt in der WWE. Ich glaube, das war auch so ein einziger Titel, den er gewonnen hat in der WWE. Sonst wüsste ich jetzt keinen Titel. Ja, also, ja, 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 sonst hat er keinen anderen geholt. Ich weiß nicht, er hat den mehrmals geholt, aber er hat auf jeden Fall nur den World Heavyweight Title geholt. Ich glaube, den nur einmal geholt, ich glaube, der den wieder gewonnen und dann an Triple H wieder verloren, glaube ich sogar. Also, 2-3 war eigentlich Goldbergs. Ja, er hat bei Armageddon wieder verloren, wo dann die Evolution Knight war, wo alle mit dem Titel quasi die Show verloren haben. Ja, der hat die nur einmal gehalten. Genau, einmal gehalten. 84 Tage. Jo, auch nicht schlecht. Ist ja immerhin etwas, kann man so für sagen, ich weiß gar nicht, wie lange war sein WCB World Title Run? Sein erster. Ich weiß, dass er ein paar Mal gewonnen hat. Ähm, sein erster war 77... Ne, Quatsch, US Title war das. Äh, 174 Tage. Äh, World Title? Ja. Oh, das ist ja ordentlich, wenn man uns überlegt, wie der den Titel letztendlich verloren hat. Gegen Goldberg gewonnen und natürlich gegen Kane Nash verloren. Ja. Hä, gegen Goldberg gewonnen? Gegen Haugen gewonnen? Ja, gegen Hollywood Hulk Hogan bei Nitro 147. Ja, natürlich wie Kevin Nash den Titel gewonnen hat, war natürlich komplett lächerlich und mit diesen Aktionen hat man eigentlich die WCB so fast getötet. Äh, ne. So ziemlich der Anfang. Der Anfang war Hulk Hogan gegen Sting. StarCast 97. Ja, mit dem Screwy Finish. Stimmt, das war auch noch, ja. Aber das ging dann immer weiter bergrunter und ja, die WCB hat sich halt irgendwann selber getötet. Aber gut. Vince Russo. Genau, Vince Russo, Kevin Nash, gehört ja auch noch dazu. Der war ja auch teilweise Booker in der WCB. Äh, genau. Dann auf jeden Fall kommen wir zu was Positiveren und zwar das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Brian Kendrick, Drew Gulak, Tony Nese gegen Cedric Alexander, Rich Swann und natürlich unseren Cruiserweight-Champion TJ Perkins. Und diesen Match hätte ich gerne dieses Six-Man-Tag-Team-Match von Mark Henry und Golden Truth weggestrichen und da mehr Zeit gegeben. War ich was gut für die Zeit. Gegen sieben Minuten war ein echt schönes Match. War halt ein bisschen kurz, aber es war für die Zeit auf jeden Fall echt gut und ja, schnell. Und ja, alle sechs haben ein bisschen was gezeigt. Bisschen ein paar Flips rausgeholt. War ein schnelles, kleines Match für zwischendurch. Genau. Man kann ja auch noch so viel sagen, dass bei Hellness-Samage anscheinend auch noch das Cruelweight-Title-Match sicher ist mit TJ Perkins gegen Brian Kendrick. Das kann man auch noch ganz kurz noch festhalten. Das wurde ja auch öfters erwähnt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Ansetzung. Aber mehr zu diesen ganzen Sachen werden wir natürlich in der Preview ansprechen, die nächste Woche kommen wird. Genau, nächste Woche. Ja, richtig. Hast du noch was zum Match zu sagen? War gut. Zweitbestes Match des Abends. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon fast, Entschuldigung, auf jeden Fall fast eine halbe Stunde. Man merkt schon irgendwie, also das fällt mir zumindest auf. Die wahrscheinlich auch, dass wir bei der Raw eigentlich wenig anzusprechen haben. Wenig zu sagen haben eigentlich letztendlich. Und das zeichnet sich bei dieser Raw-Art und das hört sich nach Nicht-Positiven an. Backstage hatten wir dann Mick Foley und Stephanie McMahon. Die haben kurz über die Survivor Series Challenge von SmackDown geredet. Eine Antwort gab es aber nicht wirklich. Sondern sie haben dann, beziehungsweise Mick Foley hat dann eher für die nächste Woche Kevin Owens gegen Steph Rollins gegen Chris Jericho festgesetzt. Also ein Triple Threat Match. Einfach so. Warum nicht? Warum nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Aber gut. Ich kann mir gut vorstellen. Kann auch nicht machen. Triple Threat Match. Dann kämpfen die ein bisschen. Und dann, keine Ahnung. Entweder gewinnt für Jericho oder irgendwas passiert. Und dann kommt Jericho auch noch in dieses Hell in the Cell Match rein. Weil sonst hat ja Jericho gar nichts während des Hell in the Cell Match. Und ich glaube nicht, dass er nichts machen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nichts gesagt. Also, dass er vielleicht, ja, irgendwie so ein Triple Threat Match war. Und vielleicht so Mick Foley sagt, das Match hat mir so gut gefallen. Ich will es nochmal sehen in Hell in the Cell. Und deshalb ist Chris Jericho drin. Auch wenn es keinen Sinn machen würde, warum Chris Jericho drin ist. Weil er letztendlich Let's War das Number One Katana Match verloren hat. Und diese Woche wieder gegen Seth Rollins verloren hat. Also passt sehr gut. Stimmt. Das passt eigentlich. Laut WWE Logik natürlich. Laut anderen Ligen nicht. Aber laut WWE Main Roster Logik, muss man so viel sagen. Natürlich schon. Da hast du recht. Da hast du einen guten Punkt erwischt. Gut. Da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum Main-Teller. Du hast noch davor noch was zu sagen. Nö, kommen wir zu Goldberg. Kommen wir zu Goldberg. Nach zwölf Jahren. Dein letzter Auftritt war, soweit ich das weiß, WrestleMania 20. Das Match Brock Lesnar gegen Goldberg, wo Stone Cold Steve Austin der Special Guest Referee war. Goldberg ist nur ein Jahr in der WWE gewesen. Davor natürlich nur in der WCW. Und davor ein Football-Spieler, glaube ich sogar, soweit ich das weiß. Goldberg. Genau. Und ja, nach zwölf Jahren kehrt er wieder zurück. Es ist ja natürlich dazu gekommen, dass er erstmal bei WWE 2K17, was übrigens auf meinem Kanal ist, jeden Tag meine Karriere, könnt ihr gerne vorbeischauen. So, haben wir das auch mal rausgehauen. Auf jeden Fall, Goldberg, ja, wurde von Michael Köln angekündigt, dass er jetzt reinkommt. Und daraufhin gab es ein Entrance. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin nie der große Goldberg-Fan gewesen. Also ich fand sein Run nicht schlecht. Aber er war halt was Besonderes und er war auch gut gemacht, fand ich. Also sein Gimmick hat zu dem Zeitpunkt gut gepasst, auch wenn er vom In-Ring-Technischen her nicht so gut war, fand ich. Auch am Mike damals zumindest fand ich ihn auch nicht super. Hat er nichts zu sagen? Ja, aber was er gesagt hat, fand ich... Er hat ja gesagt, you're nix! Ja, das hat er gut rübergebracht und den Rest, wenn er teilweise... Ich habe manchmal Promos von ihm gehört damals, da dachte ich mir so, Gott, was war das denn? Also gerade, wenn ihr hören wollt, guckt euch Monday Night War. Irgendwo gab es eine Folge, wo mit Goldberg quasi so eine Folge gemacht wurde. Kann man das auf jeden Fall nochmal durchgucken. Genau, auf jeden Fall kam dann Goldberg rein. Der Entrance, wie es klassisch sein kann, dass er erstmal durch die Halle geht und dann reinkommt. Der ist der klassische Entrance. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie der große Goldberg-Fan. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich den Entrance wirklich mal live erlebe. Ich habe den ja noch nie live erlebt. Ging ja schlecht, auf jeden Fall. Und ich hatte Gänsehaut gehabt tatsächlich bei dem Entrance. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich kein großer Goldberg-Fan bin. Joa, gut. Ich hatte jetzt keine Gänsehaut, aber der Entrance war natürlich schon ganz knaggisch. Der Anfang vom Entrance war ein bisschen bescheuert, wo er dann halt Backstage gelaufen ist und die ganzen Leute standen und haben rumgeklatscht. Aber als er dann in der Halle war und die Crowd gemarkt ist und seinen Namen gechandelt hat und das Feuerwerk losgegangen ist, das war schon ganz cool. Joa. Hat so ein bisschen an die WCW-Zeit ein bisschen erinnert, kann man so viel sagen. Gerade wenn man dann überlegt, dass die Kommandatoren ja auch da so platziert sind, wo die WCW-Kommandatoren auch platziert waren in dem Bereich. War ganz cool. Und natürlich hat es die Crowd mega gefeiert. Also sie haben es auf jeden Fall gewürdigt. Fand ich nicht schlecht, fand ich cool. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Gopers Entrance fand ich gut und seine Promo war auch nicht schlecht. Ja, die Promo war okay. Er ist halt jetzt so ein bisschen der John Cena hier, dass er zurückkommt und für die Kinder und über seine Frau geredet und über sein Kind und dass er will, dass sein Kind ihn mal wrestlen sieht und hat natürlich noch das Video-Spiel angesprochen. Genau, er hat auf jeden Fall das Video-Spiel angesprochen. WWE 2K17, das beste Video-Game-Spiel auf der Welt. Nein, natürlich nicht. Aber ja, und dann am Ende kam er dann auf Brock Lesners Herausforderung zu sprechen, dass er sagen will, ja, you're next. No, you're last und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter wird den Arsch treten und ja, hat noch einen Spear in sich, einen Hintertreter in sich und noch einen Jackhammer in sich für one more match. Super. Ja, damit kann man so viel sagen, es wird dieses Match geben zwischen Goldberg und Brock Lesner. Wie gesagt, die Probe fand ich nicht schlecht, den Entrance fand ich cool. Also ich habe Gänsehaut gehabt und so weiter und so fort. Trotzdem bleibt meine Meinung, dass ich das Match zwischen Brock Lesner und Goldberg nicht sehen will. Wenn Goldberg ab und zu meinen Auftritt macht, habe ich kein Problem eigentlich. Aber ich will bei hier... Dann steckt man ja wieder noch nächstes in die Hall of Fame kommen. Jo, kann man machen auf jeden Fall. Meinst du nächstes Jahr? Oder meinst du übernächstes vielleicht? Nächstes. Nächstes? Ja. 2017. Wir könnten möglicher Headliner sein. Goldberg, meinst Goldberg wird Headliner? Wer denn sonst? Der Andertäger wird gefühlt und bis 2037 weitermachen. Der wird ein Match haben, wird dann wieder ein Jahr am Stock gehen, wird ein Match haben, wird dann wieder ein Jahr am Stock gehen. Und das wird jetzt noch bis 2040 gehen. Genau, wenn er so 90 Jahre so... Oh, Rest in peace! Genau. Konntet ihr dann mit Rollstuhl über Westmeer zum Ring gefahren, hat ein 5-Sterne-Match und fährt dann mit dem Rollstuhl wieder raus. Geil. Oh, das würde ich mal gerne sehen, mit dem Rollstuhl schon 5-Sterne-Match zu worken. Also, das kann nur der Undertaker. Oder John Cena. Nein, ehrlich. Aber, ähm... Was ich sagen wollte, ist, äh, Brian kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass Brian jetzt in die Hall of Fame kommt. Äh, ja, Brian wird... Ja, doch, Brian wird... Ja, wobei, nee. Wenn er jetzt noch weiter war als GM-Arbeit, dann nicht, aber... Ja. Wenn er irgendwann komplett halt retired, sage ich mal, dann schon. Aber, wie gesagt, Goldberg ist für mich so der mitrealistischste. Wie gesagt, Undertaker gegebenenfalls, aber ich glaube da eher an Goldberg. Ja, also, wenn Taker natürlich reinkommt, ist es natürlich ganz klar, wer der Headliner wird, als andere wäre natürlich schwachsinnig. Ja, True Blade wird, denke ich, auch noch nicht kommen. Nö. Äh... Vince McMahon sowieso noch nicht. Ja, nee, der wird reinkommen, wenn er tot ist. Ja. Äh, pff... Ist schwer. Also, auf jeden Fall ein großer Star-Klang. Steel Punk. Ich glaube, da freut sich auf jeden Fall Triple H, wenn das passiert. Nein, wer fehlt denn noch? Es fehlen aber überhaupt gar keine mehr so großen Leute, also... Ja, Undertaker, Triple H. Kane und Big Show oder so ein Bullshit, aber die werden keine Headliner. Nee, die werden keine Headliner. Äh, ja, Hulkung ist schon drin. Äh, Peter ist schon drin. Stone Cold, die Barsen. The Rock. Der ist schon drin. The Rock ist doch nicht ein All-of-Fame. The Rock ist noch nicht ein All-of-Fame. Nee. The Rock ist noch nicht drin. Ach, nee, der hat nur einmal eine Rede gemacht für Orson, stimmt. Äh, nee, für seine Onkel und Vater 2008. Hat er nicht für Orson auch die Rede gemacht? Nee, Orson hat Big Man gemacht. Ist ja egal. Orson 2009 von Vince McMahon. Äh, ist ein Rock noch nicht in der Hall-of-Fame. Ja, verdient hat er es, ne? Sollen wir hin und machen, dass er noch für ein Match zurückkommt. Ja, John Cena wird irgendwann in die Hall-of-Fame kommen, aber noch nicht jetzt. Da braucht es noch ein bisschen. Äh, wer kann da noch in die Hall-of-Fame kommen? Äh. Mick Foley ist schon drin. Chris Benoit. Chris Jericho. Richtig, danke. Ja, aber der ist auch noch aktiv. Oh, der ist auch noch aktiv, richtig. Ähm. Hessen noch nicht in der Hall-of-Fame. Der es verdient hat. Christian. Oh, Christian wird kein Headliner. Ja, eben. Ähm. Dieter ist schon drin. Trish Jens ist schon drin. Die Interessanten sind alle schon drin. Fast alle. Fast alle. Michael Cole natürlich, der muss noch rein. Byron Sexton, David Taylor. Mr. Perfect ist drin, ja Mr. Perfect ist drin. Mr. Perfect ist drin, solches war es. Kurt Angle. Kurt Angle. Auf jeden Fall muss rein. Äh. Was? Nee. Ich geh grad nur die Liste durch. Mit so Leuten, die noch, äh, rein könnten. Ach so. Hast du jemanden noch Interessanten? Ähm. Nee. Nicht wirklich. Ich wünsch da grad so die Liste durchgehst. Meinst du deine Liste aus deinem Wrestlepedia-Kopf? Ja. Was ist so? Wir wollen grad die übelst bescheuerten Namen an die Hall of Fame und an die Hall of Fame denke. Wer zum Beispiel? Da hat er irgendwann Sascha Banks. Die hat es verdient, ja. Ja, nee. Jetzt schon. Die hat schon alles erreicht. Ja, scheißegal. Auf jeden Fall Hall of Fame. Triple H Headliner. King of Kings. Und dann wird die Hall of Fame zugemacht. Taker kommt auch noch rein, ne? Ach, der kann nach Hause gehen. Nichts Besonderes hat er gerissen für die WWE. Die drei Matches da. Ja, er hat nicht viel gerissen. Triple H hat natürlich alles gerissen. Er hat natürlich diese Mega-Streak ab. 22 zu 0. Ja, 22 Buryings in Folge. Genau, er hat 22 World-Titles gewonnen, so wie Ric Flair. Oder 20 Ric Flair. Ja, der hat Splash hat mehr Titel geholt als Undertaker. Ja, das ist natürlich richtig. Aber dafür ist Undertaker nicht overrated. Haha. Nee, okay. Wir schweifen ein bisschen vor dem Thema ab, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, wie gesagt, Go Brooks, next, ja. Nächste Woche wird Brock Lesnar muss zu Gast sein. Äh, zu Gast, ähm, ja. Genau, der wird zu Gast sein bei Raw. Nee, der wird bei Raw auftreten in Minneapolis, Minnesota, an seiner Heimat. Und das ist schön. Ja, das ist wunderschön. Und ja, da freuen wir uns natürlich drauf, was Brock Lesnar alles so sagen wird. The Beast Incarnate, The Conqueror, The Victimizer, was auch immer er ist. Alles, alles und noch viel mehr. Und ja, Brock Lesnar wird nächste Woche da sein. Dann wird es noch ein Tag Team Match zwischen New Day und Cesaro und Sheamus. Und dann natürlich mit dem Triple Threat Match zwischen Jericho Owens und Rollins. Ja, mal sehen, was passieren wird. Dein Fazit zur Raw-Ausgabe. Raw war scheiße. Das war, ich dachte vor zwei Wochen, die Raw war das die vor zwei Wochen. Muss ich nachgucken. Die war schon beschissener und beschissener geht's nicht. Aber die WWE ist so freundlich und hat mir diese Woche gezeigt, dass es noch beschissener geht. Ähm, ich schaue gerade mal nach. Das war die vor zwei Wochen, glaube ich. Die letzte Woche war ja okay. So, die war okay. Äh, die davor, die davor. Ja, die davor war, glaube ich, ein ziemlicher Dünnschiss. Ja, genau, das war die. Mit, äh, Jericho Owens gegen Big Cass und Enzo Moreman im Event. Ja, die war scheiße. Ähm, ja. Diese Woche war beschissener. Das war einer der beschissensten Draws des Jahres. Äh, Goldberg hat mich relativ kalt gelassen. Der Endschutz war mal ganz nett mal wieder zu sehen, aber jetzt auch nichts Besonderes. Äh, absoluter Booking-Dünnschiss. Sami Zayn gegen Braun Strowman und Bo Dallas besiegt Neville und Big Cass besiegt Carl Anderson und f***ing, äh, Dana Brooke besiegt Bailey. Und die Heyman-Promo hat absolut keinen Sinn gemacht. Und dann Mark Henry und f***ing Golden Truth gegen Shining Stars. Also, es war absoluter Bullshit. Dann haben wir Seth Rollins gegen Jericho mal wieder gesehen, die zweite Woche hintereinander. Das Match war zwar nicht schlecht, aber es ist halt dasselbe wie immer. Also, das war absoluter Dünnschiss. Gut, äh, meine Meinung zu Draws auf jeden Fall war auch keine gute Raw, finde ich. Also, solid bis negativeren Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Goldberg war okay, fand ich schon schlimm. Also, Endurance, wie gesagt, hatte ich Gänsehaut gehabt. Dann anschließend natürlich, ähm, ja, die Promo war nicht schlecht. Cruiserweight war noch gut. Die Promo zwischen, also die Promo von Sascha Banks und Charlotte war nicht schlecht. Cruiserweight, wie gesagt, fand ich gut. Das Match Rollins gegen Owens war gut, aber sonst war nix die Raw. Also, wie gesagt, du schon gesagt hast, Zayn gegen Strowman, was soll die Fede, Dallas und so weiter und so fort. Dann, dass halt Karl Anderson so schnell gesquasht wurde einfach. Also, es gab viele Logiklücken und, ja, deshalb war die Raw nicht so gut. Ich kann so viel sagen, Cage Match hat die Raw auch nicht so geil bewertet. Also, die Zuschauer von Cage Match, und zwar hat die Raw ein Rating bekommen. Und von, äh, Moment, sehe ich gerade. 2,95. 2,95. Und das ist noch zu viel. Ja, ich würde da Raw auch so drei, vier Punkte geben, glaube ich. Hm, ja? Ich würde ein Punkt geben, weil sie da war. Null Punkte vergeb' ich einfach nicht. Genau. Ähm, ja, ich drei, vier Punkte würde ich die Raw geben. Also, war nix. Also, war nicht Gutes. Und ich bin mal gespannt, wie SmackDown toppen wird. Ich würde mal so viel sagen, es ist eigentlich nicht schwer, das zu toppen. Die müssen einfach nur logisch bucken, dann kriegen sie auch eine gute Show hin. Äh, ich weiß nicht, ist irgendwas für SmackDown besonderes angekündigt? Äh, James Ellsworth gegen AJ Styles um den World Title. Oh Gott, ja, stimmt. Oh, nee. Kann ich wieder morgen wieder ausrasten, ey. Ja, letzte Woche bin ich, letzte Woche bin ich ein bisschen ausgerissen mit der ganzen Sache, wo mich auch der Roster-Spit auch hochkommen ließ. Und ich sag mal so, so ganz ehrlich, ähm, so noch ganz zum Ende noch gesagt, das sind solche Sachen, die ich auch erwartet habe, ne? Also, ich hab schon erwartet, okay, die booken ja, ist die ersten Wochen gut. Und dann wird's wieder so wie immer. Nur halt, dass wir uns fünf Stunden es antun und nicht drei Stunden. Super. Ja, aber wie gesagt. Wenn es auch weiter so geht, dann höre ich auf, Rauch zu gucken. Das sage ich auch schon mal jetzt on Air. Da habt ihr es. Ähm, ja, da muss ich wahrscheinlich alle eine Reviews machen. Genau. Zumindest Raw. Hä? Zumindest Raw. Zumindest Raw, ja. WWE bookt mal besser, dann, ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Raw ist wahrscheinlich wieder so werden wie letztes Jahr. Also, ich weiß noch bei All About E, wie wir da uns durchgekämpft haben. Das war hart. Ja, gerade um die Survivor Series rum, das war jetzt nicht mehr schächtlich. Ja. Also, ich sag mal so, wir hätten manchmal echt keine Lust, gerade ein Review aufzunehmen. Aber wir haben es einfach gemacht, weil es sein musste. Und, ja, genau. Und das wird natürlich weiter so sein. Wir werden natürlich weiterhin jede Woche Raw, SmackDown, NXT und dann nächste Woche eine Salma. Wir werden das noch machen, klar. Ja, bei dir vielleicht, bei mir schon. Klar, ich gucke dir alles. Äh, sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten. Aber... Gute Zeiten, schlechte Zeiten. So, jetzt haben wir noch das noch geplagt. Sehr gut. Haben wir schon mal unsere 5 Euro sicher. Ja. Und RTL. Genau, so viel kann man uns sagen. Aber wie gesagt, ähm, Ross, das Video werden wir noch, denke ich mal, ein bisschen später machen. Also letztens noch nicht, so bis zum Ende des Jahres, so, da passt es sehr, sehr gut. Aber ich sag mal so, das Positive, was ich am Anfang hatte, ist komplett weg. Das kann ich so viel schon mal sagen. Aber das werden wir, denke ich mal, in einer genaueren Ausgabe mal genauer besprechen. Jo. Hast du nur was zu sagen? Uhhh. Ja, also, es kann ja auf jeden Fall nur noch besser werden mit Raw. Jetzt haben wir den Abgrund erreicht. Ich hoffe, die WWE belehrt mich nicht eines Besseren und es geht noch schlechter. Äh, aber gut, schauen wir mal. Schauen wir mal auf jeden Fall. Wir werden morgen, übermorgen, wird dann Spectrum kommen. Dann natürlich noch NXT und so weiter und so fort. Dann kommen natürlich noch nebenbei WWE, du bist 17, meine Karriere. Und, ja, WIWA 17 soll auch natürlich wieder kommen. Und, ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Ciao.